Jans und Herzlich Willkommen zurück bei AngerFoot. Ich habe gerade noch gesehen, wie kann ich hier Schuhe freischalten, Sprenger, eingetretene Türen explodieren. Hört sich spannend an, ziehen wir mal an. Und dann geht's ins nächste Level, Rohrhausen. Wieder nur mit dritten oder töte fünften Schläger mit Schrotflinken. Mal schauen. So, ja, wait, die Kakelaken muss ich ja nicht mehr beachten. Die Tür hat schön schon ein paar Leute weggenatzt. Haben wir das Skelett? Noch ein Skelett. Okay, das ist mies, dass ich hier stehe. Okay. Oh, okay. Ich seh'n Trost drin. Ah, da passiert gleich was. Da passiert gleich was. Waren das alle? Ganz kurz. Okay, das ist was für ein Feuerlöscher. Das ist die Tür hier. Offen, yes. Ich glaube, wir haben das nicht geschafft. Weil die Türen uns zu viele Gegner weggeschnappt haben. Yes. Wir müssen es nochmal machen, aber ohne die explodierten Türen. Und mindestens zwei. Sterne zu kriegen. Wait. Nein, wir müssen zurück zur Karte. Kurz doch wieder andere Schuhe anziehen. Das doppelte Leben. Dann machen wir nochmal das zweite Level. Nehmen wir 15 Leute mit, mit der Stotflinte. Ja, das ist doch. Okay, die da rein. Okay, die zwei kommen, holen wir hier hin. Also der andere ist auch schon dead. Wieder hier rein. Und dann sollte es eigentlich hoffentlich klappen mit den 15 Leuten. Ich glaube, das sollten eigentlich 15 Leute gewesen sein. Mal schauen. Nicht. Dann müsste man wahrscheinlich zurücklaufen, eine Schrollsprinthe schnappen und die anderen wieder. Vielleicht gibt es bloß 15 Gegner. Nicht, die 18. Ja, I don't know, weiter geht's, komm. Wenn wir zwar wenig Sterne mitnehmen, dann gibt es wenig Schuhe zum Anziehen. Aber gut, in die Tiefe. Speedrun, 30 Sekunden. Keine Ahnung, wie das geht. 30 Schläger mit Dritten. Okay. 30. 30 Gegner. Der Speedrun wäre wahrscheinlich irgendwie da rein. Weil da wahrscheinlich gleich das Ende wäre. Oder können die zurück? Kommt im Bier. Er hat sich sehr viel in die Luft gejagt. Vollidiot. Oh shit. Der hat sich auch in die Luft gejagt. Okay, wo geht's denn jetzt lang? Ich will mir die Schuhe Geräusche machen. Hä? Achso. Warte kurz, hab ich hier was übersehen? Sie regnen nämlich immer damit, dass ich was übersehe. Okay. Damit hätte ich nicht dechnen müssen. Das war's. Für's mal, ich brauche kurz eine Waffe. Danke. 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 Ist das ein Tiantar kürz? Äh. 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 Dein. Äh. 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 Ich bin manchmal schon ziemlich schlar, muss man sagen. Okay, das wird wieder nichts. Ne, 50 Gegend mit Dritten. Nope. Äh, 30 meine ich. Ja gut, ich bin irgendwie ziemlich schlecht in dem Game. Wie es aussieht. Level 4, ein Dampfkanal. Ohne Schuhe zu tragen, das ist ein Vogel. Töte einen Schlägen mit einer fliegenden Gasflasche. Ohne Schuhe, das können wir versuchen. Unsere schönen Füsse. Mit einer fliegenden Gasflasche. Ja, sollte echt auch möglich sein. Okay, man müsste hier rein. Wahrscheinlich, wenn wir eine Waffe hatten, dann kann sie in die Luft sprengen. Ich sehe einfach nichts. Unglaublich, dass ich das überlebt habe. Ich hätte nicht damit gerechnet. Anatomie-Studie. Nice, 65. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das überlebe. Ehrlich gesagt. Weil ich so oft drogen war. W-w-w-hä??? W-wieso? Wieso plötzlich so..so ruhige Musik? Ah schön W-w-w-w-w... Ich möchte die Schrotflinte, danke. Okay, das ist die gleiche Tür. Da habe ich richtig schlecht geschossen. Kann man die Bungen? Kann man nicht. Ich meine, bei dem Game ist alles möglich. Es ist echt dunkel, dass man fast nichts sieht. Wenn man auf Drogen ist oder besoffen ist. What the fuck? Hentai Dreams! Ähm, Waffen? Die ist leer. Shit. Shit. Passiert hier eigentlich irgendwas? Nee. Jetzt gib mir doch ne Waffe! Okay. Dann werden wir wieder. Bei den Skeletten. What the hell? Okay, die Waffe hat noch ein paar Schüsse. Wir müssen ja jemanden noch erledigen mit... So einfach geht's, Alter! Wie kommen wir da rüber? Vielleicht mit Energydrinks? Wahrscheinlich, deshalb gibt's hier diesen Automat. Yes! Oh no! Oh! Achso, da ist... Das ist nicht durchgehend, das Teil. Das ist schön. Ich liebe Zerstörung in Videogames. Das verpiss dich. Ah, da ist das Rad. Und ich hab natürlich die ganzen Dinge schon... Zerstört. Schlau von mir. Hier. Ich bin tot! Oh man. Gerade mal. So. In Pakung. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so schlecht, das gibt's nicht. Ich bin so schlecht, das ist. Ich bin so schlecht, das ist. Das war nice, schön im Kreis. Ah, da war ein Skelett, deshalb gab's hier einmal. Das. Dann wieder kurz ein Energy-Drink hier nehmen. Und wieder rüberkommen. Ich hab immer noch leider niemanden mit dem Dings getroffen. Meine Waffe ist leer. Meine Waffe ist leer. Einfach mal ganz zurücklaufen. Ah shit, der mit der Schrotflint hat mich gekriegt. Ich hab keine Waffe mit. Ich hab keine Waffe mit. Ah shit, da ist auch noch eine. Es ist doof, wenn man manchmal durchbruschen möchte. Ich hab keine Waffe mit. 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 Aber hey, Barfüßler, weiss uns das. 51 Gegner. Nats. Aber das war es wieder für diese Folge von Engerfurt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.